Hallo zusammen, ich bin Kai. Und ich bin Christian. Zusammen sind wir Bubble Beats. Wir sind jetzt irgendwo Backstage im Gurten, und am Nachmittag schauen, dass wir fast kein Bier trinken. Aber nur fast, Kai. Wir versuchen es ganz hart, denn wir spielen heute Nacht am 2 bei der Waldbühne auf dem Gurten, auf dem wunderschönen Berg, wo wir beide zum ersten Mal sind. Ja, stimmt. Es lohnt sich wirklich, um aufbleiben bis um 2 Uhr. Ihr könnt ja Bier trinken, wie ihr wollt. Ihr müsst einfach noch stehen oder sitzen können bei der Waldbühne. Und wir geben dann Vollgas. Wir sind dabei.